Und Leute, die in Tansania hocken. Es wird Zeit, das Ganze zu beenden. Dass die Impfungen schützen, ist nunmehr bewiesen. Leider. Oder mit Löffeln auf Töpfen schlagen vor irgendwelchen Impfzentren. Und jetzt behaupten, dieser Oberfeldwebel ist einer vom Verfassungsschutz, also ein V-Mann. Bitte, ihr solltet einfach mal die Klappe halten. Ruhe! Ruhe bitte! Ruhe! Ruhe bitte! Wart ihr es nicht, die heulend irgendwelche Videos gedreht haben? Verdammte Scheiße! Und ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich bin kein Covidiot. Dass die Bundeswehr die Kinder retten soll. Und jetzt steht einfach mal jemand auf und sagt etwas und fordert das, was ihr schon die ganze Zeit fordert. Wir werden uns nicht wiederholen. Ihr habt bis morgen Zeit, euch dazu zu äußern und von diesen wahnwitzigen, verfassungsfeindlichen Vorhaben zurückzutreten. Und der ist jetzt ein V-Mann, weil er euch nicht gefragt hat, ob er das machen darf, weil er euch gerade nicht in die Tasche spielt und eurer pazifistischen Irgendwas-Agenda, die, sorry, 18 Monate lang einen Scheiß gebracht hat. Hahahaha! 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 Vielen Dank.